Dein Profs erscheint schon ein paar Jahre? Gute Zeiten, schlechte Zeiten vor der Fernsehkamera? Als Jo Gernali, der 57J-Riege seitdem verschiedene Charakters-G-Durchblicken vom skrupellosen B-Seewicht bis zum liebevollen Familienvater war alles dabei. Trotzdem, dass er schon so lange zum Kast-G-RT, hat Wolfgang seinen ersten Drehtag am 15. Dezember 1992 nicht vergessen. Man kommt in ein Team, das man nicht kennt. Aber es war wirklich toll. SCHW?RMT, der Publikumsliebling im exklusiven Interview mit Promiflasch. TIPSF?RPOMIFLASCH. Einfach E-Mail an tips.promiflasch.de